Was ist Karma? Karma ist, wie Zen, ein Wort, das sich in unsere Sprache geschlichen hat, ohne dass die meisten Menschen dessen Bedeutung wirklich kennen. Viele glauben, dass es bedeutet, dass alles, was uns zustößt, das Ergebnis früherer Taten ist. Aber das ist nicht exakt das, was der Buddhismus lehrt. Um Karma zu verstehen, müssen wir uns die zentrale Einsicht des Buddhas anschauen. Bedingtes Entstehen Der Buddha lehrte, dass alles, was wir erfahren, von Bedingungen abhängt. Nimm zum Beispiel eine Mahlzeit. Eine Mahlzeit hängt von vielen unterschiedlichen Bedingungen ab. Vom Wachstum der Nahrungsmittel, vom Laden, vom Rezept, vom Ofen und so weiter. Nimm eine dieser Bedingungen weg und es gibt kein Essen. Das trifft nicht nur auf Nahrungsmittel, sondern auf alle Erscheinungen zu. Von Blumen über Wolkenkratzer, vom Betrunkenwerden bis zum Aktienmarkt. Alles hängt von Bedingungen ab. Tatsächlich kommt in jedem Ding ein endloses Netz von Bedingungen zusammen. Kein Ding existiert unabhängig. Was wir Dinge nennen, sind eher Prozesse in einem endlosen Netz von Bedingungen. Aber diese Prozesse sind nicht zufällig verbunden. Man braucht die richtigen Bedingungen für ein bestimmtes Ergebnis. Du wirst nicht betrunken von Orangensaft. Du kannst kein Essen im Kühlschrank kochen. Es gibt Gesetze, die die Beziehungen zwischen diesen Dingen festlegen. Je besser wir diese Gesetze verstehen, umso erfolgreicher können wir unseren Kurs bestimmen. Der Buddhismus unterteilt diese Gesetze in fünf verschiedene Ordnungen. Sie heißen Niyamas. Niyamas. Nein, nicht Pyjamas. Niyamas. Danke. Zuerst kommt der Utu-Niyama. Anorganische, physikalische und chemische Gesetze und Prozesse, wie die Erdanziehung, Magnetismus, die Entstehung von Sternen und Galaxien. Dann der Bija-Niyama. Organische, biologische Gesetze und Prozesse, wie das Wachstum von Samen zur Pflanze, Photosynthese, Genetik. Der Mano-Niyama. Gesetze und Prozesse wie Wahrnehmung und instinktives Verhalten, zum Beispiel bei Lachsen oder Zugvögeln, die ihren Weg nach Hause finden. Dann kommen wir zum Karma-Niyama. Das Gesetz, das die Folgen unserer Entscheidungen bestimmt. Das ist der Bereich von Ethik. Zuletzt der Dharma-Niyama. Geheimnisvolle, uneigennützige Prozesse. In diesem Kontext können wir sehen, dass Karma nicht alles bestimmt, was uns passiert. Wenn wir zum Beispiel das Pech haben, ein Erdbeben mitzuerleben, dann ist das durch geologische Utu-Niyama-Prozesse bedingt. Und nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben und mit einem Erdbeben bestraft werden. Wenn wir uns erkälten, liegt das wahrscheinlich an Bija-Niyama-Prozessen. Genauso wie der Drang zu essen oder Sex zu haben. Reflexe und Instinkte wie die Kampf- oder Fluchtreaktion gehören zum Mano-Niyama. Karmische Gesetze sind ethische Gesetze. Sie legen fest, dass, wenn wir aus Freundlichkeit, Großzügigkeit und Weisheit handeln, die Folgen größtenteils positiv sind. Für uns und für diejenigen um uns herum, wir werden erfüllter und zufriedener. Wenn wir dagegen aus Gemeinheit, Gier und Verblendung handeln, dann führt das zu Leiden, für uns selbst und für diejenigen um uns herum. Wir werden unzufrieden und selbstsüchtig. Warum ist das so? Laut dem Buddhismus entsteht das meiste Leiden durch die Illusion, dass wir als festes getrenntes Selbst existieren und nicht als Fluss von Bedingungen, als Prozess. Eigennützige Handlungen verstärken diese Täuschung. Sie sperren uns in uns selbst ein. Dagegen lockern liebevolle Taten die Fesseln des Selbst und führen dazu, dass wir uns verbundener mit anderen fühlen. So wie die Erdanziehung ist Karma ein Baustein unserer Wirklichkeit. Das lässt Moral in einem anderen Licht erscheinen. So wie die Erdanziehung bestimmt, dass ein Apfel zur Erde fallen wird, so bedeutet das Gesetz von Karma, dass unsere Handlungen den Menschen formen, der wir in Zukunft sein werden, zum Guten oder zum Schlechten. Wir sollten nicht moralisch handeln, weil eine externe Instanz wie Gott, Konventionen oder sentimentale Gründe das von uns verlangen, sondern weil wir uns sicher sein können, dass unsere heutigen Handlungen unseren Geist, unseren Charakter und unsere Beziehungen in Zukunft beeinflussen. Der Buddha sagte, Ich bin der Eigentümer meiner Handlungen, Erbe meiner Handlungen, geboren aus meinen Handlungen. Was immer ich tue, Gutes oder Schlechtes, zu dessen Erbe werde ich fallen. Karma legt unser Leben wirklich in unsere Hände. Ganz egal, in welcher Situation wir sind, können wir das Gesetz von Karma benutzen, um uns von negativen Gewohnheiten zu befreien und zu unvorstellbaren Höhen hinaufzuwachsen. Wenn wir mehr und mehr aus einer uneigennützigen Motivation heraus handeln, beginnt sich unser grobes Selbst aufzulösen und wir können transzendenten Kräften erlauben, durch uns hindurch zu wirken. Die geheimnisvollen Dharma-Niyama-Prozesse. Das sind Prozesse, die es einem Buddha ermöglichen, in der Welt zu erscheinen. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Die geheimnisvollen Dharma-Niyama-Prozesse